Ich bin Hubert Marbacher, ich bin Chef der Tierpfleger. Als solches aber auch hilfe ich hier zum Beispiel im Steiwild ablösen. Also auch die Arbeiten, die hier anstehen. Und wir planen darauf, dass wir eine neue Anlage bekommen. Diese hier ist zwar toll, aber kommt langsam, ist ins Alter gekommen. Und wir wären froh, dass wir für unsere Steiwild neue Anlage bauen könnten.